Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zur Wetterinnen. Ja, Vlog, ich kann es mir eigentlich sparen. Ja, ich bin gerade mit der Arbeit fertig geworden und ich dachte mir, ich mache einen kleinen Vlog, weil meine Frau ist nicht zu Hause und die Kinder auch irgendwie nicht. Und deswegen dachte ich, direkt die Chance ergreifen. Ja, ich gönne mir jetzt das, was sich jeder Bayer nach der Arbeit gönnt. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Warte mal, ich fülle mal mit der Hand hin. Oh yeah, so macht man das in Bayern. Oder vielleicht auch Nüster, ich weiß nicht. Sensationell. Ja, läuft auf jeden Fall. Ich würde eigentlich mal eine kleine Ankündigung machen. Ich hoffe, das Video ist bei euch gut angekommen. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe auf der Arbeit immer mal so reingelünzt. Aber ich muss jetzt sagen, meine Aufrufe gehen krass zurück. Deswegen, ja, vielleicht nicht so, mein Content, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Ich wollte eigentlich eine kleine Ankündigung machen. Ich werde wahrscheinlich den Avenger Talk für morgen nicht schaffen. Also entweder, entweder ich schaffe es und lad den dann morgen Abend erst hoch. Oder ich schaffe es nicht. Das hat folgenden Grund. Ich und der Mike, also mein PNGC-Kollege, also mein Klankollege, wir müssen unbedingt noch die 10 Lootboxen holen heute Abend, weil morgen Abend wird es zu spät. Das werden wir dann nicht mehr schaffen. Und deswegen werde ich auch auf Twitch Heroes of the Storm für euch let's playen. Also nicht let's playen, sondern streamen, ey, verdammte Kacke. Ja, und das wollte ich eigentlich mal kurz ankündigen. Ja, wie schon gesagt, ihr könnt mir auch in die Kommentare noch mal reinschreiben, was ihr vom letzten Video haltet, ob ihr sowas weiterhin hören wollt, ob ihr das über so einen Vlog machen wollt oder ob ihr das lieber in einem Avenger Talk hören wollt. Wäre eigentlich mal ganz cool. Dann gehen wir kurz raus. Es ist nämlich so ein traumhaftes Wetter hier in Bayern, bei uns. Guckt mal raus. Sensationell, Sunshine und so. Ja, wie schon gesagt, also ich streame heute Abend. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mal reinschaut. Mein Twitch-Account ist unten, also mein Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ich freue mich jetzt schon tierisch auf die Runde, weil der Sarge kann nicht und der mag an Heroes of the Storm und deswegen können wir dann nur zocken, wenn er nicht dabei ist. Beziehungsweise wollen wir ihn nicht auskennen, deswegen zocken wir das dann. Und holen uns die 10 Lootboxen, Alter. Wäre auf jeden Fall mal mega cool. Ja, ich bin schon mal mega gespannt. Also die, die sehen wollen, wie ich faile bei Heroes of the Storm, weil ich kann das Spiel überhaupt so gar nicht. Es ist ähnlich wie League of Legends, also es wäre für euch auch mal interessant. Und ja, wie schon gesagt, ich hoffe, wir sehen uns nachher. Ich denke mal so um 10, halb 11, 11 werde ich streamen, je nachdem, wann meine Frau sagt, sie geht ins Bett oder ist müde oder keine Ahnung. Das ist blöd drüber, ne? Aber, ähm, ja, ich würde mich auch mal freuen. Wie schon gesagt, wenn ihr mich cool fand, dann würde ich wieder diesen Button, wenn ihr mich richtig, richtig geil fand, wieder diesen Button. Ich bin euer Avengers, see you next time. Haut da rein, bis zum Stream. Bis dann. Servus, alter Schwede. 1985